Hallo, ich bin Bianca Wenger. Ich begrüsse euch ganz herzlich auf dem Hof Obergumme in Trub-Schachen. Wir führen hier mit meiner Familie zusammen einen Demeter Milchwirtschaftsbetrieb. Das schönste Landwirte zu sein ist, man kann sich seinen Arbeitsplatz oder seine Arbeitsweise ganz selber gestalten. Wie man es für richtig hält. Es ist ein sehr kreativer Beruf. Die Kühe kommen bei uns zu fressen, Heu und Gras. Wir produzieren das Futter für Kühe zu 100% auf dem Hof. Wir haben ein neues Leben gegründet, Milch mit Herz. Das ist die Vorgehensweise, dass wir einmal im Tag melken und schauen, dass das Kalb so viel wie möglich bei der Mutter sein kann. Das heisst, die ganze Nacht auf der Weide oder auch durch den Tag. Je nach Kuh. Eine Kuh hat die frühere Trenningszeit vom Kalb, eine Kuh etwas später. Besonders in unserem Betrieb gehen wir sehr individuell auf jede Kuh ein. Jede Kuh hat seine eigene Tamakel, seinen eigenen Charakter. Den versuchen wir zu beobachten, zu sehen und danach zu handeln. Der Vorteil von so einer Aufzucht ist, dass es sehr schön ist, wenn man die Mutterkuh sieht, wie sie eine Beziehung zu ihrem Kalb aufbauen kann. Wir haben zu lange und zu tun einen Milchautomat. Dort kann man 24 Stunden lang unsere Milch kaufen, pasteurisiert und auch Rohmilch. Wenn ihr mehr über unser Haltungssystem wissen wollt, seid ihr jederzeit herzlich willkommen bei uns auf dem Hof. Wir sind gerne bereit, euch alles zu zeigen. Mattei. 8